Heiho und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 5 mit Chibi Let's Play. Und ich habe das feuergetriebene Schiff mal verlassen, damit ich ein bisschen trainieren kann. Ja, ich dachte mir, auf Stufe 20 sind wir vielleicht ein bisschen besser dran. Und ich wollte auch die Jobs ein bisschen ausarbeiten, sodass unser Zeitmagier Bartz jetzt Stufe 4 hat. Ebenso wie Lenna mit ihrer Beschwörung und unser Mönch Galuf. Bei Fares dauert das immer so ein bisschen mit der Rot-Magie, aber besser Stufe 2 als gar nichts. Fähigkeitenmäßig hat sich jetzt nicht ganz so viel getan, nur bei Galuf. Der hat jetzt Waffen-Mosen-Kampf eben auch auf andere Jobs übertragbar. Sollten wir jetzt wieder wechseln. Ebenso wie seine Konterfähigkeit. Und was ich auch besonders gut finde, die Chakra-Fähigkeit. Es ist eine heilende Kraft, mit der man Lebenspunkte wiederherstellt und eben auch Zustände wie Gift oder Blindheit aufhebt. Und das finde ich richtig gut. Gut, ähm, ihr fragt euch wahrscheinlich, hm, warum hast du denn jetzt den ganzen Aufwand gemacht? Ja, ähm, also ich kam mir ja im feuergetriebenen Schiff schon ein kleines bisschen unterlevelt vor, als ich gegen diese Schattengestalten angetreten bin. Da ging es nicht mal eben Schlag auf Schlag und zack, bumm, weg. So wie hier jetzt gegen die Wildhunde. Ähm, aber das eigentliche Problem war der Boss. Ich habe versucht weiterzukommen, aber, ähm, ja, der ist schon ziemlich heftig, finde ich. Und ich kam da nicht mit klar und deswegen habe ich das Schiff eben auf dem Weg wieder verlassen, wie wir ja im letzten Part weiterkamen. Und bin dann hier immer weiter im Kreis gelaufen, um ein bisschen an Erfahrung zu sammeln und an Fleißpunkte und hier und da. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Aber hey, ich konnte mir nebenbei noch ein paar Videos ansehen, geschweige denn anhören. Ich habe mir zum Beispiel bei den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Zum Beispiel habe ich ein paar Episoden von Quarks und Co. nachholen können. Oder Odysso oder WeWiWissen oder wie auch immer diese vielen Wissenschaftsmagazine und Reportagen ja alle heißen. Sowas verfolge ich ja ehrlich gesagt sehr gerne. Viel lieber als jetzt dieses Einheitsbrei-Beschallungsgedönse, was man ja bei einigen Privatsendern hat. Hier von wegen die 85. Wiederholung von Folge 12 von Big Bang Theory oder Two and a Half Men oder ähnlichen Gedönse. Was man im Grunde schon auswendig kennt. Und irgendwie läuft es trotzdem noch seit Jahren immer weiter. Und man sich eher denkt, dass man da verblödet, wenn man das dann sieht. Aber naja. Was soll's. Ich hatte mir auch jetzt bei YouTube zum Beispiel Löwenzahn Classics mal angeguckt. Die ersten drei Folgen. Damals als Peter Lustig noch schwarze Haare hatte. Und in seinen Wagen eingezogen war. Ach, das waren noch Zeiten. Gut, ich versuche jetzt diese Wildhunde noch zu besiegen. Und dann möchte ich mir endlich mal mit euch die Stadt Karnak mal richtig ansehen. Wir wurden ja zuletzt aufgehalten. Als wir noch mitten im Geschäft waren, wurde ja gesagt, ey, das sind die Bösen, werft sie in der Gitton. Weshalb wir ja skriptmäßig, storymäßig ja direkt weitergeführt wurden zum feuergetriebenen Schiff. Was ich ehrlich gesagt sehr gut gemacht finde. Also wirklich storymäßig. Dass man so einen quasi nahtlosen Übergang gefunden hat. Aber ich kam mir dann halt doch leider ins kalte Wasser geworfen vor. Was halt Levelniveau angeht. Und, ähm, ja, das führte mich ja halt wieder zum Leveln. Und das werde ich mir demnächst auch angewöhnen, dann viel öfter zwischen den Parts zu trainieren. Damit wir nicht wieder solche Situationen haben. Aber jetzt gucken wir uns, wie gesagt, erstmal die Stadt Karnak mal genauer an. Wo sie hier fröhlich zündeln. Oh, Mann. So, jetzt zum Beispiel der Rüstungsladen. Hier würde ich mich gerne nochmal genauer umsehen. So. Einmal nochmal richtig hinsetzen hier. Schlechte Körperhaltung ist ungesund. Und wir haben hier direkt die Möglichkeit, drei Federhüte zu kaufen. Das ist doch schon mal sehr gut. Zwei Lederhane, das nehmen wir auch noch mit. Und zwei Seidenroben. Ja, komm, nehmen wir noch am besten drei Silberreifen. So, dann kann ich mir jetzt auch eine etwas bessere Rüstung anlegen. So. Du hast schon, obwohl... So. Silberhane noch schnell unten hier auch nochmal auf Optimieren gehen. Und jetzt haben wir schon ganz andere Werte als vorher, als ich versucht habe, gegen den Boss anzutreten. So. Wieso steht bei Bartz das grüne Dreieck für ein Nitrilmesser? Der hat doch eigentlich den Dreschflegel. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich mir echt mal gucken. Dreschflegel. Angriff 32. Dann geht das doch runter. Moment. Vielleicht, weil er ja die Fähigkeit beidhändig hat. Gehen wir mal auf Schutz. Moment. Rüstung. Jetzt hat er das Messer automatisch. Kann ich noch ein? Nee. Dann geht der Dreschflegel wieder runter auf 16. Oder 16. Sieh an! Ja, aber... Dann wird es ja eigentlich nur schlimmer. Also dann würde ich es lieber mit zweihändig versuchen. Und dann wieder den Dreschflegel mit Angriff 32. Und keine 16, wie mir das hier vorgehalten wird. Na gut. Wir können ohne die Kraft des Kristalls keine Waffen und Rüstung mehr herstellen. Kein Wunder also, dass die Preise gestiegen sind. Ja gut. Ich kann es momentan in Kauf nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja mehr als genug Gill gegen die vielen Wildhunde gewonnen. Das hier ist Karnak. Wir haben es dank dem Feuerkristall zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Das freut mich für euch. Die Monster haben noch nicht versucht, die Stadt anzugreifen. Da müssen wir eigentlich schon wieder froh sein, oder? Gehen wir mal in den Pub. Oder Schenke oder Taverne oder wie auch immer man es nennen möchte. Irgendwas in den Fässern drin? Nein? Okay. Hi. Da wurde so ein komischer alter Kerl von den Wachen geschnappt. Das wird wohl Sid gewesen sein. Ich bin ein Abenteurer aus Jachol. Aber die Straße südlich der Bibliothek der Vorväter ist blockiert. Also kann ich nicht mehr heim. Oh. Waffen und Rüstung aus Jachol sind super duper stark. Das ist gut zu wissen. Wusstet ihr schon, dass sie Professor Sid in den Kerker des Schlosses gesperrt haben? Ja. Da kam ein Wehrwolf aus dem Meteoriten. Aber ob der wirklich einer von den Bösen ist? Hm. Ich rate mal. Ich rate mal, dass das vielleicht sogar der Wehrwolf ist, den wir zuletzt befreit haben. Wäre witzig, wenn ja. Meine alten Knochen lieben so ein wärmendes Feiertchen. Ist hier oben noch jemand? Nee. Okay. Kann ich Klavier spielen? Ich kann. Fortschritte beim Klavierspielen gemacht. Hä? Hä? Das kann ich auch leveln? Es klang jetzt noch nicht so gut, aber... Ob das später wichtig wird? Vielleicht ist es einfach nur ein Gag. Ein Easter Egg oder was auch immer. Die Bibliothek der Vorväter ist südlich von hier. Professor Sid hat angeblich dort studiert. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Danke. Schon mal von einem Monster namens Schreckgespenst gehört? Wenn es einzeln daherkommt, macht euch auf einen Blitz gefasst. Also Obacht! Okay, gut zu wissen. Hier können wir nicht weiter, leider. Ähm. Dass ihr mir immer in den Weg reinwuseln müsst. Und dann lauft ihr weg, wenn ich euch ansprechen will. Eine ganze Horde von Monstern kam aus diesen Meteoriten gekochen und versucht, zu dem Kristall zu gelangen. Und jetzt lassen sie niemanden mehr ins Schloss. Diese Oberschlauen von der Bibliothek der Vorfahren sagen ja schon lange, dass wir aufhören sollten, den Kristall zu benutzen. Die wurden echt lästig. Also hat die Königin eine Mauer um sie errichtet. Um Ruhe vor ihnen zu haben. Ähm. Dass man dort jetzt nicht mehr hinkommen kann, ohne weiteres, sollte ja klar sein. Ja, die Mauer habe ich westlich vom Schloss schon gesehen. So, hier wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Und hier kann ich wieder ein paar Sachen kaufen. So. So. Ja gut, nehmen wir mal davon ein paar mit. Gut, ich glaube nicht, dass ich die so früh gebrauchen kann. Beim Bossgegner kam es auch nicht so vor, aber egal. So, kann ich hier hoch? Hoch. Mal kurz gucken. Oh, das ist einfach nur ein weiteres Zimmer. Okay. Gut, dann legen wir uns mal ganz kurz aufs Ohr, damit wir auch fit sind. Angenehme Träume wurden uns noch gewünscht. Ja, dann. So. Auf geht's. Gut. Hallo, 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 hallo. Die sind Oberschlauen schon wieder. Ich muss mich echt wiederholen. So angenehm, so unangenehm ist das. Minu, mir fehlen die Worte. Mhm. Magie laden. Ja, hier waren wir auch noch gar nicht drin. Und hier sind gleich drei Theken. Mit Vitra, mit Engel, Konfus. Stille und den Rest haben wir eigentlich schon, aber hey, wir haben Vitra und Engel. Ja, super. Das hatte mir im Kampf vorhin wirklich gefehlt. Und Eisra. Eisra. Und Gift. Ja, Gift brauche ich vielleicht nicht, aber Eisra. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, immerhin auch Stopp und Gravitas. Wie verhält sich Gravitas denn hier? Ah, okay. Um die Hälfte. Das ist doch eigentlich auch schon ganz gut. Das ist die Frage, ob das beim Boss natürlich funktioniert. Ähm. Muss nicht selbstverständlich sein. Ähm. Soll ich wechseln? Ich würde es gerne erst mal so lassen. Andererseits. Also, Fahrer, es kann erst mal so bleiben. Sie brauchen nur noch fünf Fleißpunkte. Ja, ich lasse das erst mal. Ich lasse erst mal alles so, wie es ist. Und dann gehen wir jetzt weiter. Zum feuergetriebenen Schiff. So. Ich werde jetzt einen kleinen Schnitt setzen. Wir sehen uns dann nachher beim Speicherpunkt, wo ich ja zuletzt den, äh, Part beendet hatte. Ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und, ja, ich habe Bartz jetzt doch zum Ritter erwählt, damit er besser zuhauen kann. Geschweige denn ein bisschen besser gerüstet ist. Ähm. Bei den anderen würde ich es ehrlich gesagt erst mal so lassen. Und dann versuche ich mal mein Glück, ne? Was das Puzzle hier angeht, den Fehler habe ich inzwischen doch selber schon gesehen. So. Hier fliehen wir mal. So, erst mal hier rüberkommen. Da haben wir auch das Schreckgespinnen. So, erst mal hier alle umschalten, damit ich hier rüber kann. Und dann... Ja, der eine, den kriegen wir noch platt. So. Und. Und. So. Erledigt. Okay, bei denen kein Blitz anwenden, einfach draufhauen. Genau. Ansonsten zerstören sie sich halt selbst und das macht auch wieder Schaden. So. So. Okay, jetzt muss ich mich hier nur noch auf die Plattform stellen. Schalter umlegen. Und dann fahren wir mit dem Ding hier nach... nach oben. Nach Norden, wollte ich schon sagen. Und dann kann ich jetzt endlich an die Kiste mit dem Elixier. Ja, das war quasi der eine Denkfehler, den ich beim letzten Mal hatte. Aber ist aber egal. Jetzt sind wir im Boiler-Raum. Na, eigentlich will ich hier gar nicht sein, aber... Königin Karnak! Was ist los? Was so... Ihr wagt es? Ihr werdet dafür bezahlen, meine Wiederkunft in die Quere zu kommen! Ähm... Wir... Wir wollten... Keinen Ärger. Ähm... Ähm... Oh... Das sieht nicht gut aus. Nein! Nein! Und da haben wir die flüssige Flamme. Von der ich nichts stehlen kann. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Egal. Ihr Schwachpunkt ist Eis. Das ist schon mal ganz gut. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir... ...nachher Eis-Raum verwenden können. Okay, ähm... Bei dieser Handform sollte man allerdings... ...die Finger vonlassen. Man sollte sie nicht angreifen. Ähm... Die kontert dann nämlich richtig böse. Und deswegen... ...zaubere ich jetzt erstmal... ...für unser Wohlbefinden, sag ich jetzt mal... ...Rot-Magie gerne. Dann nochmal Brotes auf dich! So... ...Zeits-Magie nehmen wir mal... ...nehmen wir mal wieder Hass. Diesmal auf Lenna. So, schwarze Magie... ...die... ...ach, da unten war Eis-Raum, okay. Ja, du... ...wärst jetzt trotzdem erstmal ab. Äh, dann auf dich. Garlov kommt dann auch gleich dran. Rot-Magie... ...Protes... ...so... ...und nochmal Brotes auf dich. Dann haben wir das schon mal. Jetzt sollte auch jeder Hass haben. Wir müssen jetzt trotzdem abwarten. Ich kann ja nochmal ganz kurz Analyse aussuchen... ...auswählen. 3000 Lebenspunkte hat nämlich der Gegner. Das ist schon blöd, sag ich jetzt mal. So, ich glaube, verkehrt war das nicht. Beschützen. Im Moment wehre ich jetzt einfach nur ab. Solange bis... ...die... ...bis der Gegner seine... ...Form verändert. Ich hoffe, der verändert die auch bald. Ich hoffe, dass das nicht abhängig davon ist, ob wir ihn jetzt angreifen oder nicht. Könnte aber sehr gut sein. Ähm... Ich greife ihn jetzt einfach mal an. Und er kontert direkt mit Feura. Und ja, Feura ist verdammt fies. Deswegen kontern wir jetzt mit Eisra. Yay. Beschwören. Sylve. Verwenden wir die mal. Schaden. Und wir werden geheilt. Rote Magie. Jetzt sind da wieder diese Form. Okay. Vitra einfach für die Runde geschweigelt. Und nehmen wir erstmal gezielt für Lenna. So. Wer braucht noch? Eigentlich brauchst du immer noch. Ähm... Beschützen. Und dann wage ich es nochmal mit Eisra. Hat nämlich nichts gebracht. Auch in dieser Form. Das ist echt, echt, echt gemein. Ja, dann... Läuft ja darauf hinaus. Und das war sogar zu viel für Bards. Ich habe gehofft, es wird jemand anders angegriffen. Also muss erstmal Bards wieder belebt werden. Ja, ich habe mich auch teilweise in einer Heilungsschlaufe dann wieder gefunden. Das war nicht ganz so schön. Flamme. Ah, immer wieder zu viel für Bards. Schade. Ich habe gehofft, das würde auch noch gehen. Egal. Wir haben ja Phoenix-Pedern gekauft, ne? So, Lenna hat jetzt das Sagen. Dann erstmal Vitra. Aber klar, Protest hat sich dann ja auch wieder aufgelöst bei ihm. So, jetzt nochmal Eisra. Und damit haben wir es geschafft. Ja! Und das ging wirklich deutlich schneller als beim letzten Versuch. Ah, sechs Fleißpunkte. Rot-Magie Stufe 3. Yay! Und wir haben den Feuerbogen. Sehr gut. Königin Karnak. Ich, ich wurde kontrolliert. Von einer bösen Macht. Sie will alles in Dunkelheit hüllen. Eure Majestät. Eure Hoheit. Die Kristalle. Es sind nicht nur die Maschinen, die sie nach und nach zerstören. Eine böse Macht nutzt ihre Energie, um sich neues Leben einzuhauchen. Bitte, beschützt den Feuerkristall. Er ist in dem Raum direkt hinter dieser Röhre. Okay. Okay. Das ist aber eine lange Röhre. Sollte ich mich vielleicht erstmal heilen? Ich meine, ich erwarte jetzt keinen zweiten Boss. Aber trotzdem. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Okay, äh, ich merke gerade, Rot-Magie benötigte Fleißpunkte. Okay. 999 sind schon sehr viel. Der Feuerkristall! Hä? Werwolf? Gott sei Dank. Er ist noch intakt. Hä? Garlof! Hm? Wir lassen nicht zu, dass du den Kristall in die Finger bekommst, Werwolf. Äh, warte mal. Ich bin nicht euer Feind. Ach, ach ja? Das sieht aber anders aus. Garlof, sag ihr was. Was ist los? Stimmt etwas nicht mit dir? Du kennst mich? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wenn ich doch nur wüsste, wer ich bin. Hä? Wer ist das denn? Ähm. Duda, was hast du getan? So viel Energie durch den Kristall zu jagen, wird ihn nur zerbersten lassen. Was zu... Damit hätten wir also drei. Noch einer und das Siegel ist gebrochen. Was? Merkwürdig. Kriegen wir das Ding aus? Nein, keine Chance. Der Hebel ist kaputt. Hä? Äh! Auch das noch. Äh! Stopp! Hör auf! Blödes Ding nur! Garlof, halt es auf! Ihr müsst von hier fliehen. Eine Chance gibt es noch. Rente den Erdkristall! Äh! Äh! Geht schon! Wenn der Kristall hier erstmal zerbricht, geht der ganze Raum hier in Flammen auf. Verschwindet von hier und beschützt den letzten Kristall mit eurem Leben. Ja, aber... Werwolf! Wir müssen ihm helfen! Ja! Ne! Äh! Okay, andere Richtung. Äh... Ah! Ah! Januf! Du bist unsere letzte Hoffnung! Ah! Oh, nein! Wir konnten es nicht verheiteln. Au! Hey! Seid ihr okay? Lena? Ja! Farah, steh auf! Du auch, Garlof! Okay! Verdammt, wir müssen hier raus! Die Flammen werden schwächer. Der Feuerkristall ist... Muss nun seine Kraft verloren haben. Mal nachsehen. Hm? Der Kristall ist zerbrochen. Wo ist der Werwolf? Wahrscheinlich wurde er von den Flammen eingeschlossen und konnte nicht mehr entkommen. Wir müssen uns beeilen. Das Schloss wurde durch die Kräfte des Feuerkristalls zusammengehalten. Ähm, zusammengehalten? Heißt das, ohne den Kristall wird das Schloss explodieren? Ja. Exakt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ähm... Was? Zeit bis zur Detonation. Zehn Minuten. Ihr nehmt mich jetzt auf den Arm, oder? Okay, ich kann ja wenigstens speichern. Das werde ich auch machen. Aber hallo? Ja, und was ist jetzt mit den Kristallsplittern? Die würde ich mir gern noch schnell holen, wenn ich darf. Kann ich denn... Da ist... Da sind sie doch! Ich will da hin! Ich komme da nicht ran. Okay, dann sollten wir uns vielleicht retten. Ist da was hier drin? Oh. Okay, Lebenspunkte und Magie wieder hergestellt. Dann hätte ich keine Potions verschwenden müssen, aber... Ist egal. Ist egal. Aber hey, jetzt kommen wir hier an die Truhen ran. Immerhin etwas, ne? Jetzt sind die Flammen hier endlich mal weg. Okay. Hier auch. Oh, ne volle. Ah! Ein Monster! Ah. Okay. Flucht. Sehr gut. Drei Fleißpunkte. Ah, Alexia! Sehr schön. Dann gehen wir mal schnell weiter. Wohl. Dann können wir ja hier auch nochmal schnell looten. Wieder eine Falle. Gigas! Okay, dich beklauen wir mal. Fähig geschlagen. Schade. D. Ähm. Treten. Hat noch nicht ganz gereicht. Ja, toll. Und das natürlich alles unter Zeitdruck. Ist nicht ganz gemeins. Deswegen. Schleife erhalten! Yay! Ich werde wahnsinnig! Die müssten wir eigentlich sofort ausrüsten. Ich hoffe nur, das Zeitlimit hört jetzt hier auf. Äh. Was ist denn Schleife für ein Rüstungsteil? Ist das ein Accessoire? Ist das ein Helm? Schützt vor den meisten Statusveränderungen. Und du kannst es nicht tragen. Ich gehe bei jedem mal auf Optim... Keiner kann das tragen. Ah, Mist. Okay, dann, ähm... Wahrscheinlich ein anderer Job. Kann ich hier fliehen? Sie lassen uns nicht fliehen. Stehversuch fehlgeschlagen. Yay! Treten. Ja, der hält was aus. Schade. Ich will doch nur fliehen. Ich will doch nur weiter. So, geht doch. Wieder eine Falle. Oh, nein! Wieder ein Gigas. Okay. Moment. Wo haben wir... Da ist Feurer. Versuchen wir es mit Feurer. Und... Jogobo Kick. Gut. Ja, das Gute daran ist, der gibt uns schon mal drei Fleißpunkte auf einmal. Wir haben jetzt einen Shuriken. Ich beeile mich. Ich glaube, auf der Etage gab es keine Schätze. Wir haben noch sieben Minuten. Ah, ich will weg hier. Geht das nicht? Nee. Ach, komm schon. Ich will doch nur weg hier. Noch sechs Min... Oh, Mann. Lass mich doch einfach mal hier raus. Okay. Halt, Moment. Jetzt können wir ja hier lang, ne? Ja, hier sind noch viele Schätze. 2000 Gil, mal eben. Hier ist noch eine Falle. Oh, nein. Okay, jetzt nur euch. Ein Hoch auf den Konter. Flucht? Flucht. Sehr gut. Sehr gut. Je schneller ihr weg seid, desto besser für mich. Ein Elixier. Da geht's nach oben. Ich hab zwar nur noch sechs Minuten, aber ich wage es jetzt einfach mal. Jetzt geht's wieder runter. Oh, Mann. Eine Falle. Na, war ja klar. Gigas mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Verstärkung. Schneller, schneller, bitte. Nur noch fünfeinhalb Minuten. Geht doch. Elfenmantel. Okay. Nehmen wir auch gerne an. Wieder eine Fonken. Na, komm schon. Ganz schnell. Schnell, 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 schnell. Wir sind eh im Vorteil. Dann können wir auch draufhauen. Ex- Elixier. Ich wollte schon Ex-Kalibur sagen. Nein, das ist was anderes. Och. Ey, kommt jetzt bei jeder Kiste eine Falle hervor? Das ist ziemlich lame. Nehmen. Na, ein Glück habe ich gelevelt, ne? Aber trotzdem. Ich finde es doch echt gemein, dass im Kampfbildschirm der Countdown weiterläuft. Ah. Das ist doch echt... Das ist echt gemein. Ex-Kalibur. So, treten. Hat nicht ganz gereicht. Och, Mann! Hörbe schnell, macht mal den Zauberer platt. Ja, danke. So, ich gehe mal direkt runter. Vier Minuten habe ich eigentlich noch. Gut, dann wage ich es nochmal ganz schnell rauf zu laufen. In der Hoffnung, dass wir da noch was ganz cooles finden. Ich hoffe, ich werde nicht zwischenzeitlich noch von dem Monster angegriffen. Das wäre dann natürlich ziemlich late. Natürlich eine Falle, ist klar. Ähm. Die Animation dauert natürlich auch so lange, ist klar. Okay. Komm schon, Galuf. Gib Gas! Moment. Ein Dolch war das, ne? Der sogar richtig gut ist. Pariert manchmal Attacken. Wäre das dann nicht besser, wenn du das hast? Boah, diese Countdown-Musik, ey. Ich wollte nur gucken, wer den Elfenmantel tragen kann. Das habe ich vorhin nämlich vergessen auszurüsten. Aber habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ich würde sagen, wir verschwinden so langsam, ne? Warte mal, hier war noch was. Wieder eine Falle. Glücklicherweise nur einer. Ohne Verstärkung. So. Medica erlernt. Was? Cool. Nehmen wir die noch schnell und dann können wir abhauen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, das ist das Chocobo-Thema. Das ist schon cool. Noch zwei Minuten. Noch nicht mal. Rolle des Blitzes erhalten. Okay. So, jetzt nichts wie weg hier. Was? Noch mehr von euch? Verdammt, ich muss Fares heilen. Ich habe nur noch anderthalb Minuten. Sehr gut, Pariat. Ich hoffe, der der Wolf flieht. Der Wildköter. Wenn nicht, machen wir hier einfach so platt. Kritischer Treffer. Finde ich sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Yay, wir können weiter. Nichts wie weg hier. Oh, Mann. Hä? Die Kristallsplitter. Werdet auch ihr uns eure Kraft leihen? In den Splittern ruht der Geist eines Kriegers. Tierbändiger. In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Geomant. Und auch in dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Ninja. Yay. Sehr gut. Okay, gut. Ja, aus dem Schloss ist jetzt nicht mehr viel über. Aber wir haben es immerhin geschafft, lebend da rauszukommen. Und ich habe, glaube ich, fast alle Drohnen, an die ich mich zumindest erinnern kann, auch noch bekommen. Und wir haben neue Berufe. Wo haben wir sie denn? Da ist der Schafkopf. Ninja. Sehr gut. Ja, wieder ein paar Berufe, über die ich mich natürlich informieren muss. Geschweige denn, den Kopf zerbrechen muss. Wer was bekommen soll. Ah, hier geht's weiter. Geomant. Sie machen sich die Eigenschaften ihrer Umgebung zunutze. Umgehen Gruben und andere Fallen. Okay. Mit offenem Herzen und starkem Willen können sie Monster fangen und kontrollieren. Klingt cool. Aber das schauen wir uns dann im nächsten Part nochmal ganz genau an. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und Chibiches!